Hey Leute, nachdem ich Bloodborne jetzt schon zweimal als Arcan-Character durchgespielt habe, wollte ich mal für die, die das auch gerne probieren möchten, einen kleinen Guide zusammenstellen. Ich zeige euch hier, was ihr am Anfang beachten müsst und wie ihr am schnellsten zu den Spells kommt, die euch dann im restlichen Spiel weiterhelfen. Das ist jetzt allerdings meine persönliche Vorgehensweise, ihr könnt dann natürlich davon abweichen oder ein paar Dinge anders machen. Aber das ist jetzt hier so der Weg, wie ich ihn für mich herausgefunden habe, dass er am besten funktioniert. Dann fangen wir auch gleich schon mit der Character-Erstellung an. Hier wählen wir als Herkunft das grausame Schicksal aus, denn wir wollen ja möglichst viel Arcan schon von Anfang an haben und das bietet uns hier sogar schon 14 Skill-Punkte. Man muss allerdings hier dazu sagen, dass ein Arcan-Durchgang nichts für Anfänger ist. Man muss eigentlich schon wissen, wie die Bosse funktionieren, welche Angriffsmuster die Gegner haben und wie man sich so in den Spielgegenden zurechtfindet. Wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, würde ich euch erstmal raten, einen Durchgang mit einem Charakter zu machen, den ihr auf Stärke skaliert. Wenn ihr dann im Traum des Jägers angekommen seid, könnt ihr ja hier eine Waffe auswählen, wenn ihr nicht komplett ohne Waffe nur Arcan spielen möchtet. Und da ist es egal, was ihr hier auswählt, also was euch am besten passt, das nehmt ihr einfach mit. Ich nehme ja immer die Jägeraxt, wenn ich es mir aussuchen kann. Die skaliert mit D auf Arcan. Man muss ja sowieso später Arcan-Edelsteine einsetzen, weil wir den Charakter ja nicht auf Stärke oder Geschicklichkeit leveln. Und hier nehme ich eine Jägerpistole mit. Zurück in Yharnam sprecht dann unbedingt mit dem Gilbert hier am Fenster neben der Laterne. Das müsst ihr machen, bevor ihr Gascoyne besiegt habt. Der gibt euch nämlich nach dem Sieg über Gascoyne ein Flammensprüher und das ist unsere erste ziemlich starke Arcan-Waffe in diesem Spiel. Gerade im ersten Teil sind auch Molotow-Cocktails die besten Freunde. Die skalieren nämlich auch richtig gut mit Arcan und die richten richtig viel Schaden bei größeren Gegnern an. Die kann ich auch später bei Bosskämpfen dann immer noch guten Gewissens empfehlen. Geht deshalb mal durch Yharnam, sammelt alles ein, was ihr so findet. Molotow-Cocktails gibt es nämlich fast an jeder Ecke und es empfiehlt sich auch im Traum des Jägers immer mal wieder den Vorrat aufzustocken. Und weil wir schon gerade bei den Vorräten sind, und ich empfehle allen Krempel, den man nicht unbedingt braucht, immer gleich bei den Bartboten zu verkaufen und in Arcan-Upgrades zu investieren. Ziel ist es nämlich, diesen Charakter auf Arcan Stufe 99 zu bringen, um das Beste aus den Spells rauszuholen. Natürlich ist es auch sinnvoll, die Molotow-Cocktails immer mal wieder aufzustocken, weil die im Lauf des Spiels immer teurer werden. In Yharnam solltet ihr dann auch das ganze Loot einsammeln, zum Beispiel die Blutsteinscherben, weil die brauchen wir dann später noch, um den Flammensprüher abzugraden. In die Nahkampfwaffe würde ich jetzt nicht so viel Upgrades reinstecken. Den Bosskampf mit Gras-Coin, den kann man auch mit einer wenig upgradeten Waffe eigentlich ganz gut bestehen. Wenn ihr dann Yharnam so weit abgegrast und alles abgesammelt habt und alles zu Blutechos gemacht habt, was ihr so findet, dann dürftet ihr so ungefähr auf ein Level 20 in Arcan kommen. Das sollte dann auch ausreichen für den ersten Bosskampf. So, und jetzt geht es auch schon in den Bosskampf mit Gras-Coin und wenn ihr Arcan schon ein bisschen gelevelt habt, dann leisten euch die Molotow-Cocktails hier gute Dienste. Wenn ihr den kompletten Bosskampf sehen wollt, dann schaut auch gerne mal bei meinem Arcan-Let's Play vorbei. Ganz wichtig ist jetzt nach dem Kampf mit Gras-Coin, dass ihr im Zentrum von Yharnam nochmal beim Gilbert vorbeischaut. Der gibt euch nämlich jetzt den Flammensprüher, den wir im Kampf gegen die nächsten Bosse dann brauchen. Wenn ihr dann zurück im Kathedralenbezirk seid, dann empfehle ich euch hier auch die Gegend abzusuchen und alle Blutsteinscherben einzusammeln, die ihr hier so findet, um den Flammensprüher weiter zu verstärken. Als nächstes gehen wir dann nach Alt-Yharnam und besiegen da die bluthungrige Bestie. Das geht übrigens mit dem Flammensprüher ganz gut und wer mag, der kann auch hier noch die Jägerfackel einsammeln. Die ist eine relativ gute Waffe gegen diese ganzen kleinen Bestien hier. Jetzt machen wir im Kathedralenbezirk weiter. Hier ist ja jetzt die Tür offen nach dem Sieg über die bluthungrige Bestie und da fahren wir nach oben in den oberen Kathedralenbezirk. Vergesst hier nicht, diese kleinen Krabbler mitzunehmen, weil die wertvolles Upgrade-Material droppen und dann gehe ich hier auch noch ganz gerne in die verlassenen Werkstatt. Vor allem, weil es da ja in der Kiste dieses Puppenset gibt, das richtig viel Blutechos gibt, wenn man das bei den Badbooten dann verkauft. Wenn wir uns dann durch diesen kleinen Bezirk da unten durchgekämpft haben, dann geht es ja wieder mit dem Lift nach oben in den Kathedralenbezirk. Und der einzige Grund, warum ich diesen kleinen Ausflug mache, ist eigentlich immer, dass ich jetzt diese Tore von der anderen Seite aus öffnen kann, ohne dass ich 10.000 Blutechos für den Schlüssel zahlen muss. Und deswegen lohnt sich das meiner Meinung nach schon, weil ich diese 10.000 Blutechos dann wieder für ein Level-Up für meinen Arcan verwenden kann. Jetzt empfehle ich einen kleinen Ausflug in die Hemvik-Knochenstraße, wo wir Blutechos, Blutsteinscherben und ganz wichtig Zwillingsblutsteinscherben, Quecksilberkugeln und Knochenmarksasche farmen. Das brauchen wir für den nächsten Bosskampf. Und Ziel ist es jetzt, die Arcan-Craft des Charakters auf mindestens Stufe 30 zu bringen und den Flammensprüher auf mindestens Stufe 5, besser noch auf Stufe 6 aufzuleveln. Die restlichen Scherben, die ihr dann noch habt, könnt ihr dann gerne in eure Nahkampfwaffe stecken. Als nächstes kümmern wir uns um Amelia. Und so sehen jetzt meine Werte vor diesem Kampf aus. Ich gehe da mit dem Flammensprüher rein und das ist normalerweise, wenn man ein bisschen aufpasst, überhaupt kein Problem, die Amelia damit in kurzer Zeit zu besiegen. Jetzt haben wir eigentlich alle Vorbereitungen abgeschlossen, dass wir jetzt endlich zu unseren ersten Zaubereien kommen. Und zwar schlagen wir uns da einfach durch den verbotenen Wald und bis zur Josefkas Klinik durch. Auf dem Weg dahin sammeln wir den Mandelstein ein, den brauchen wir, um in das Unterrichtsgebäude zu kommen und geht dann weiter durch diesen etwas verborgenen Pfad in Richtung Josefkas Klinik. In diesem giftigen See lauft mal bis ganz außen rum. Hier findet ihr nämlich einen für den Anfang recht guten Arcan-Blut-Edelstein, den ihr dann in eure Nahkampfwaffe einsetzen könnt, wenn ihr die entsprechend dann auch aufgewertet habt. In Josefkas Klinik angekommen, holt ihr euch dann die Einladung für das Schloss Kanehurst. Geht dann in den Kathedralenbezirk zurück und rechts an der Kathedrale vorbei und lasst euch dann da unten von dieser Amygdala in das Schulungsgebäude teleportieren. Dort findet ihr dann den ersten Spell, das ist der Augur von Ebreetas und der ist wirklich toll im Nahkampf. Der braucht nämlich nur eine Quecksilberkugel, hat eine gute Reichweite und macht auch schon mal enorm viel Schaden. Das könnt ihr dann auch gleich mal ausprobieren. Wir müssen nämlich jetzt so den Hexen von Hemvik, bevor wir die nicht besiegt haben, kommen wir ja nicht nach Schloss Kanehurst und auf dem Weg gibt es hier diese fetten Gegner, die sich mit dem Augur richtig gut erledigen lassen. Mit dem Augur können wir dann auch gleich gegen die Hexen von Hemvik antreten, aber die sind ja normalerweise sowieso kein Problem. Und dann geht es auch schon wieder raus aus der Boss Arena zu diesem großen Grabstein, wo wir uns dann zum Schloss Kanehurst fahren lassen. Wenn wir dann im Schloss Kanehurst angekommen sind, finden wir da den Spell, den wir dann am meisten verwenden werden. Und zwar schlagen wir uns hier in diese Halle mit den Geisterladies durch, gehen dann nach oben und springen hier über die Treppe hier runter, das kennt man ja. Und da unten sieht man schon die Truhe, wo wir den Spell finden. Das sind nämlich die Henkers-Handschuhe. Damit kommt man eigentlich jetzt gut bis zum Ende des Spiels mit durch. Das war's jetzt erstmal für meinen Arcan-Starter-Guide. In der Infobox habe ich euch noch eine kleine Checkliste reingestellt. Ich muss allerdings noch erwähnen, dass das Ziel sein sollte, Arcan auf 99 hoch zu skalieren, denn nur so holt man dann wirklich das meiste aus seinen Spells raus. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Ausprobieren. Macht's gut und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.